So hier bin ich wieder fertig angerichtet. Schöne Schälchen. Schauen wir mal, wo ich es am besten hin tun kann. Uiuiui. Da sind ja mehr im Mund da. Wir müssen erstmal den Daumen hier am Boden. So. So. Upp. Uiuiuiui. Oh. Oh. Die Große ist schon dabei. Die Wiggi. Du musst halt mal gucken. Oh. Dann kommt die andere. Okay. Schau mal. Schau mal dahinten damit. Ja dahinten spielen die Ängsten. Juh. Uiuiuiui. 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 So. Ich mache jetzt hier Schluss. Bis demnächst. Und jetzt.